Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum Nikolaustag, 6. Dezember. Bei uns seht ihr, im Hintergrund ist auch schon der Weihnachtsbaum aufgebaut, also wir nähern uns dem Ziel. Ein paar Tage haben wir es noch vor uns und auch heute, Nikolaus, machen wir natürlich unsere Übungen. Die Übung für heute, ich zeige sie euch. Es ist ganz gut, wenn ihr eine Matte, oder eine Matratze oder eine dicke Decke habt, weil wir machen heute Purzelbäume und zwar 6 Stück. So, mal vorwärts rollen, zurück auf einen vielen Krabbel und wieder vorwärts rollen, 2 und wieder zurück, 3 und zurück, 4 zurück, 5 zurück und 6 und nochmal zurück. Und schon haben wir es geschafft. Esst nicht die ganzen Nikoläuse auf einmal auf. Bis morgen. Ciao.